New York ist eine gefährliche Stadt. Castle ist zurück. 16 Jahre lang war Kate Beckett davon besessen, den Mord an ihrer Mutter aufzuklären. Sie müssen einfach nur loslassen. Das kann ich nicht. Du brauchst mich. Die finale Staffel. Ich muss nur ein paar Fälle aufklären. Eine Art privates Mordkommando. Vielleicht war unser Opfer ja ein Betrüger. Und da ist er leider an den Falschen geraten. Ein Teil des Puzzles fehlt immer noch. Auf unseren Fall. Wir müssen noch über meine Profitbeteiligung sprechen. Castle. Die finale Staffel. Auf Universal TV.